Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Microsoft Power Plattform, speziell Power Apps. Ja, in Power Apps gibt es eine ganz interessante Möglichkeit, wie wir KI, also die künstliche Intelligenz, auch nutzen können, und zwar mit dem AI Builder. Der AI Builder ist eine Möglichkeit, beispielsweise KI-Modelle mit eigenen Daten zu trainieren und dann entsprechend diese Optionen auch in eurer Power App zu verwenden, also das Ganze einzubauen. Und das habe ich hier mal als Beispiel getan. Ich habe ein Modell erstellt, das es mir erlaubt, Dateien hier hochzuladen und aus den Dateien entsprechende Informationen rauszuziehen. Das ist jetzt in meinem Beispiel einfach eine Rechnung, also ich würde eine Rechnung hochladen und dann werden mir halt diese Informationen aus dieser Rechnung hier heraus extrahiert und beispielsweise hier mal in diesen Feldern hier angezeigt. Und ich kann das mal ganz kurz zeigen, wie das funktioniert. Also ich habe hier verschiedene Rechnungen. Ich öffne mal eine hier. Das ist diese hier. Das ist mein Beispiel hier da. Und das ist einfach hier die Struktur. Das ist eine PDF-Datei, die man bekommen könnte. Und dann steht halt hier so ein Name, also Medicent Ivoisin. Das spreche ich bestimmt falsch aus, aber das ist ja nur so ein Template hier entsprechend. Und der lebt eben hier im Carpenter Court, so steht das hier. Und hat hier dann ein Datum beispielsweise, das der 29.09.2017 ist. Das ist das Rechnungsdatum. Und dann halt noch so als letztes einen Betrag von 1.725. Ja, das ist also die Idee. Das ist meine entsprechende Rechnung. Und jetzt möchte ich einfach Informationen aus dieser Rechnung mit diesem AI-Bilder, mit dem KI-Modell entsprechend raus extrahieren. Und das Ganze über meine Power-App. Und genau das habe ich hier getan. Also wenn ich das Ganze jetzt entsprechend mal minimiere hier entsprechend und jetzt mir hier reingehe. Ihr seht, das ist eine super coole Canvas-App. Also da ist nicht viel drin, aber es ging wirklich nur darum, das mal zu testen hier. Und wenn ich das Ganze jetzt mal ausführe, also ich drücke mal hier auf F5 oder eben Play, dann kann ich jetzt hier entsprechend Daten hochladen. Also ich gehe hier drauf entsprechend, dann wähle ich meine Rechnung aus. Beispielsweise bei mir ist das jetzt hier diese erste, also Invoice 1. Ich klicke mal auf Öffnen entsprechend. Jetzt wird das Ganze hier analysiert. Und dann werden mir die Informationen, die ich eben definiert habe, jetzt gleich hier an der Seite auch angezeigt. Also kurzen Moment, sollte nicht zu lange dauern und da ist es auch schon. Also ihr seht, hier entsprechend steht der Name, den ich vorhin vorgelesen habe. Und dann hier entsprechend die Adresse, so ist das definiert. Es war der 29.09.2017 und es war eben der Betrag von 1725. Und wenn wir das Ganze nochmal kurz testen, also hier nochmal ganz kurz nachgeschaut, das war ja die Rechnung und da steht eben dieser Medisent Ibushin und das ist ja auch der Name, den wir entsprechend hier lesen können. 37 Carpenter Court ist genau das, was ich hier vorgelesen habe. Also das hier entsprechend und dann Sinellen First steht hier und dann eben der 29.09.2017 plus eben 1725. Und das sind ja genau diese Informationen, die jetzt hier mit angezeigt werden. Ja, also hier natürlich vielleicht noch ohne Uhrzeit formatieren, klar kann man tun, aber der Punkt ist auf jeden Fall, dass das KI-Modell alles hier aus diesem PDF rausextrahiert hat. Steht auch hier die Wahrscheinlichkeit, also wie sicher ist das Ganze entsprechend und dann halt hier hingeschrieben hat. Ja, und das ist jetzt eben nur, ich sag mal, der Anfang. Jetzt kann man hier natürlich weitergehen und könnte zum Beispiel diese Informationen auch in irgendein Formular eintragen und das könnte man dann zum Beispiel irgendwo hinschicken. Ja, es geht ja, dass man ein Formular dann nutzt und beispielsweise dann in SharePoint oder einer anderen Liste oder auch in der Datenbank, je nachdem, was man halt für Datenquellen hier angeboten hat, entsprechend abspeichert. Ja, also das mal so eine Einführung in diese KI-Modelle in PowerApps. Also ich finde das wirklich super interessant und hat bestimmt auch viele Anwendungsfälle. Ein Punkt, den ich erwähnen möchte, weil das wichtig ist, ist natürlich die ganze Lizenzfrage. Also weil die KI-Modelle selber, also der AI-Builder, ist mit zusätzlichen Kosten verbunden. Das heißt, man kann ihn nicht einfach so über eine Standard Office 365 Lizenz mit einkaufen. Also es ist nicht eine Standard Lizenz von PowerApps, da nicht inkludiert, sondern man muss das Ganze eben mit einer zusätzlichen Premium Lizenz erwerben. Das ist einfach so und das ist auch ein Stück weit verständlich, weil diese KI-Modelle natürlich trainiert werden müssen und das Ganze kostet natürlich auch Ressourcen bei Microsoft und deswegen lässt sich Microsoft das Ganze auch bezahlen. Das muss man halt wissen dazu, aber wie gesagt, ihr habt es jetzt hier gesehen, ich habe es auch mal ausprobiert. Es kann sich lohnen, wenn ihr halt dafür Anwendungsfälle habt. Und stellt euch mal vor, anstatt das immer manuell abzutippen, gäbe es jetzt hier vielleicht eine PowerApp, wo man was einscannt hier entsprechend oder ein PDF oder sowas, dann hat man die Informationen und die werden dann entweder sogar mit einem Klick, wenn man das eben hier so eine Schallfläche einbaut, irgendwo hingeschrieben. Das ist doch wirklich ein toller Anwendungsfall. Und da gibt es, wie gesagt, bestimmt viele Unternehmen da draußen, würde ich zumindest vermuten, für die genau so etwas hilfreich ist. Ja, das war es also dazu. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, sagt mir Bescheid. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Video.